. Was ist los? Ich habe mich verliebt. Und er sich auch in mich. Wie sagt die Liebte noch? Ah, du liebst mich noch? Super! Ja. Auf was echtest du denn bei Männern? Nein. Tut mir einfach alles zu fest weh? Nein, riecht mir bitte nicht mehr. Bitte. Total! Oder was ist los? Hörst du! Hast du das schon gewusst, als wir uns kennengelernt haben? Das ist kein Sinn, Alice. Ich bin nicht mehr zurück. Guten Geschmack! Ja, log ab. Schön. Triffst du dich ab? So meinsch? Wieso? Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr aus. Äh, wenn es nicht mehr so. Nein, 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 nein. Ich bin nicht mehr auf. Nein, 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 nein. Danke. Vielen Dank.